Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Mittwochmorgen, 17. Mai 2017. Wir schreiben die Geek Talk Daily 119. Heute habe ich euch mitten in der Woche die folgenden Themen mit dabei. Gestartet wird mit Apple Update, habe ich gestern unterschlagen, Apple im Filmgeschäft, dann Asus Smartwatches, Windows 10, HTC U11, Philips Hue, SwissID, Instafilter, Google Assistant fürs iPhone und TomTom Sports. Beginnen wir doch gleich mal eben, wie schon angekündigt, mit einem Thema, was eigentlich gestern rausgefallen ist, aber bei mir einfach nicht mehr in die Folge reingekommen ist. Eure Apple Devices, seien es iPhone, seien es Apple Watches, seien es Apple TVs oder auch eure Macs, haben allesamt ein Update bekommen, also wie bei Apple üblich, bekommen alle Geräte grosse Updates und auch kleine Updates und so geschehen. Bei den iOS Devices gab es nicht allzu viele Änderungen, sprich einfach, also nicht falsch, es gab einiges an Änderungen, aber die sind einfach sicherheitsrelevant oder Bugfixes, keine neuen Features, so wollte ich das Ganze sagen. Beim macOS kam das eine oder andere Update dazu, auch eine neue Funktion. Zum Beispiel könnt ihr jetzt über Bootcamp auch das Windows 10 Creators Update einführen, einführen, updaten, wie auch immer. Auch euer Fernsehen und euer Watch haben Updates bekommen, da habe ich aber aktuell keine Dinge, die mir aufgefallen wären. Was immer auch mit so einem Update neu kommt, ist eine neue iTunes-Version. Auch da nicht gross Änderungen, vor allem einfach, wer das Ganze über das iTunes macht und nicht over the air, hat da ein neues iTunes zugute. Dann gibt es Gerüchte, die eigentlich schon länger herumschwirren, jetzt aber sich durch den ehemaligen HBO-Chef-Programm, Programmierer, Programmgestalter ergeben haben. Apple hat anscheinend ein Gespräch mit Michael Lombardo gehabt. Er war derjenige, der das ganze Programm bei HBO auf Vordermann gebracht hat und das jahrelang gut geführt hat, bis er vor kurzem da weggegangen ist. Und ja, man munkelt ja schon länger, dass Apple sein viel, viel, vieles Bargeld, was sie haben, andersweitig investieren möchte. Und warum nicht Filmgeschäft? Denn solche Geräte wie iPhones, Apple-DVs etc., die sind ja eigentlich präsentiert für Medienwiedergabe. Warum dann nicht gleich auch selber Content generieren und somit noch mehr Geld abschöpfen an dem Ganzen? Spannend, spannend. Mal schauen, wo es hingeht. Wo es nicht hingeht, ist bei Asus und Smartwatches. Die Zen-Serie, also die Zen-Watches, sind schöne Geräte. Die haben wirklich, ja, edle und gut verbaute Geräte gebracht. Es verkauft sich nur sehr, sehr schwach, diese Android-Ware-Geschichten. Hat unter anderem mit dem Betriebssystem, was da drauf läuft, oder Leaf, damals noch in der 1.0-Version zu tun. Und in die Richtung soll es auf jeden Fall nicht weitergehen. Somit Apple, die haben ja Apple Watch verkauft, deutlich mehr im letzten Quartal, wie man gehört hat. Samsung verkauft auch recht viel. Fitbit hat abgenommen, sich aber zusätzliche Käufe gemacht mit Firmen, die sie sich einverleibt haben. Mal schauen, wo es hingeht mit Android Wear. Wir haben ja nächstens eine Google I.O. vor uns. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Neue dazu. Dann gehen wir auf die Windows-Seite. Aus WannaCry wird Uiwix. Uiwix. Uiwix? Ein witziger Name für so eine neue Art von WannaCry. Oder ja, wie sagt man, eine neue Variante von dem Ganzen. Wenn ihr Geräte besitzt, die nicht auf oder noch auf XP laufen und so weiter, selber schuld, updatet das ganze Zeug. Wenn ihr eine Firma seid und das tut, dann hoffentlich nur mit einem teuren, sehr, sehr teuren Microsoft-Vertrag. Denn ja, updatet eure Geräte und wartet sie. Updatet generell alles und ladet euch nicht alles runter, was so in diesem Internet rumpfleucht. Und somit, ja, nächstes Thema. HTC. Ein Smartphone-Hersteller, den wir eigentlich vor Jahren schon abgeschrieben haben. Obwohl, ja, gerade gestern habe ich ja erzählt, dass das HTC 10, das letztjährige Flaggschiff, immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Kamera hat, vor allem im Vergleich zu anderen Geräten, in der Top 3 ist. Und die haben jetzt ein neues Device vorgestellt. Das Ganze ist nicht ein Nachfolger vom HTC 10. hört auf den Namen HTC U11, ist aber dennoch ein High-End-Telefon. Da ist einiges mit drin verbaut. Der Snapdragon 835, der eigentlich bis jetzt nur im Samsung Galaxy S8 drin ist, hat 4 GB RAM, 64 GB internen Speicher. Mit einer Micro-SD-Karte könnt ihr das Ganze um 2 TB ausbauen, theoretisch zumindest. Und auch sonst die ganzen Daten mögen überzeugen. Die Kamera soll wieder mal top sein. Die erste Berichte von Journalisten-Kollegen hier in der Schweiz. Sie ist gut, aber nicht so gut anscheinend. Muss man natürlich selber austesten. Was ganz spannend ist, wie LG mit ihrem speziellen Konzept hat, auch HTC hier ein spezielles Konzept, der Rahmen ist druckintensiv. Ihr könnt durch Drucken des Rahmens, also ihr könnt das Smartphone auspressen quasi, zum Beispiel die Kamera starten oder den Google Assistant starten. Oder wenn ihr in der Kamera drin seid, könnt ihr Fotos auslösen oder Film starten. Das Ganze sogar unter Wasser. Muss sich zeigen, wie das funktioniert. Es glänzt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und schön. Geschmackssache, wie immer. Gehen wir zum nächsten Thema über. Philips. Philips Hue, smarte Birnen. Die haben wir ja alle drei hier im Geek Talk im Einsatz. Die haben jetzt neue Modelle vorgestellt. Zum einen neue Fassungen von den A19-Glühlampen, aber auch E12-Verfassung etc. Und das Ganze auch mit neuen Lumen, also stärkeren und weniger stärkeren. Und eine, da bin ich sehr gespannt darauf, die Ambiance, White Ambiance nennt sich das Ganze, White Ambiance Candle Bulb, soll eine Kerze nachempfinden. Also wenn man so irgendwie für draussen oder romantische Stimmung klingt interessant, muss man ausprobieren. Aktuell für den amerikanischen Markt vorgestellt. Und hoffen wir doch, dass das Ganze auch bald hier zu uns kommt. Ab Juni, respektive Juli, wird das Ganze dann versandt. Dann ein Schweizer Thema. Swiss ID im Französischen, also Swiss geschrieben, wird zu Swiss sein. Swiss ID im englischen Namen. Das Ganze hat gekostet, also der Übertrag der Markenrechte 241, 1944, 1945. Das sieht man so wieder mal. Wir Schweizer nehmen es halt, ja, sehr genau. Tüpfel schiesser, wie man hier so schön sagt. Und was ist das Ganze? Das ist eine ID, die man hat im Internet, um sich auszuweisen. Zum einen für die SWB und die Post, also die Bundesbahn und den Postbetrieb, um sich Unterschriften abzugeben, um sich bei den ganzen Diensten einzuloggen, soll geöffnet werden. Auch für andere Dienste so, wo man dann quasi deine Daten nicht mehr überall eingeben muss. Und später öffnet sich das Ganze noch weiter. Sprich, wenn es dann mal in Richtung E-Voting geht, und das hoffe ich ja schon lange, dann kann man sich damit ausweisen. Also eine ID im Netz. Ich bin mal gespannt. Der Start wieder mal wie immer ein bisschen holprig, aber wir werden sehen, wo es hingeht. Instagram hat ein Update bekommen. Und was ist da mit dabei? Ein neues oder besser gesagt, ein altes Feature von Snapchat. Kennt ihr diese Bunny-Ohren, diese Hundenasen etc., die man sich drauf machen kann bei Bewegtbild, also Video? Das gibt es jetzt auch bei Instagram. Yippie-ay-ay, Schweinebacke. Der Google Assistant. Gestern hatte ich, dass das Ganze als Thema, dass das Ganze auf Autos einen Einzug erhält, zumindest bei zwei Marken, die ich gestern genannt habe. Aktuell gehen die Gerüchte um, heute ein bisschen gerüchterlastig, dass an der Google I.O., die ja vor der Türe steht, Google das Ganze fürs iPhone vorstellen wird. Nebenbei auch noch für Waschmaschinen und andere Geräten, aber vor allem fürs iPhone. Ich bin mal gespannt. Da kann man ja dann nicht direkt vergleichen, weil Apple hat sich da ja das vorgenommen, dass man nur Siri direkt starten kann. Aber ja, immerhin hat man Alternativen auf dem Device, wenn es denn dann so kommen wird. Aber da bin ich mir ja sicher, dass es kommen wird. Zu guter Letzt ein kleines Update bei Fitness Wearable aus dem Hause TomTom. Ja, die machen ja seit Jahren nicht nur Navigationsgeräte, sondern auch meine geliebte Action Cam, die Bandit oder eben Wearables im Bereich Fitness. Und etwas, was ich da immer vermisst habe und schlecht fand, also schlecht doch, ja, schlecht fand, weil ich konnte es nicht über mein Apple Health synchronisieren. Das gleiche auf der Google-Seite, nicht mit Google Fit. Das Update wurde jetzt endlich nachgeliefert, heisst die ganzen Daten, die eure TomTom Wearables aufnehmen, gehen jetzt auch in die jeweiligen Plattformen auf eurem Smartphone, das ihr trägt. Das war es an Themen, die ich heute für euch hatte. Morgens Donnerstag, zwei Tage habe ich noch. Heute konzentrieren wir uns auf den Mittwoch. Euren schönen Tag, viel Erfolg und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.